und herzlich willkommen zurück bei minecraft ja auf jeden fall ja ich weiß gar nicht was muss richtig machen die Musik an? ja die Musik geht an erstmal was essen würde ich sagen ne das ist ja das wichtigste warum bin ich noch bei 26 FPS keine Ahnung und ja ist ja egal boah ähm Spinner? naja wir machen erstmal ganz kurz die achso wir wollten Koppels ablegen wie es aussieht dann legen wir halt Koppels ab wenn der Vergangenheitsangorius das so wollte dann soll es so geschehen ist ja eigentlich ja gut hab jetzt gedacht hier ist nicht Brett unten drunter ne also äh nicht Baumstammdurchgehen sondern Brett unten drunter so rum ja auf jeden fall schön dass ihr wieder da seid oder dass du wieder da bist sagen wir es mal so so erstmal Koppels rein äh Koppels rein Koppelstein voll der Frosch im Hals so jetzt gehts auf Fleisch weiter und dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ich finde das sieht so geil. Ja, das sieht es auf jeden Fall krass. Ja, wir machen erstmal ganz kurz die Spitzhacke kaputt. Und dann schauen wir mal weiter, was wir dann so machen könnten. Auf jeden Fall brauchen wir Level, würde ich mal sagen. Da könnten wir ja mal ein bisschen Monsterplatschen gehen. Da sind Ozzolode, ganz wie Ozzolode. Wunderbar. Wie ging denn das jetzt hier? Irgendwie so, ne? So, zack, zack. Das ist hier very tricky. Okay. Auf jeden Fall krass hier eigentlich, ne? Das Loch ist irgendwie geil. Voll das geile Loch, ey. Ähm, ja, okay. So, und auf jeden Fall geht es sehr schnell. Ich muss mal ganz kurz husten, verdammte Scheiße. Ich versuche es zu unterdrücken. Ich muss wieder stehen zu husten. Ja, also das sieht es krass. So, habe ich schon fünfmal gesagt, aber ist egal. Schade, dass es so kurz ist. Das müsste keinmal so lang sein. Na, wie auch immer. Jedenfalls, ähm, ja, ich würde gerne jetzt die Spitzhacke hier kaputt machen. Ja, ich sehe den Zombie da drüben. Also die Spitzhacke mache ich jetzt noch kaputt. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Also ich würde ja eher so denken, mal, ähm, Tingensen und so Haus bauen. Hier unten. Weil, ja, ist schon, ist schon scheiße mit den hoch- und runtergerammeln immer. Es ist zwar schön, das Haus da oben. Jetzt ist sie kaputt gegangen. Toll. Ähm, hat sich ja sehr gelohnt. Äh, wie komme ich dann auf? Ach da, hm. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Nein! Muss abbauen den Stein. Nein, mache ich natürlich nichts. Das dauert ja viel zu lang. Dann mache ich es immer so, ne? Das wird ja viel schneller. Auf jeden Fall geiler Aufstieg und Abstieg. Warte. So, jetzt hier rauf. Boah, wisst ihr, auf was ich mich voll freue? Wovon ihr aber leider nichts habt. Also hab ich schon mal gesagt, aber hört auf das Formen. Das ist voll zu geil, hoffe ich. Ich sag ja so schon ein kleines bisschen Starcraft immer mal, ne? Es tut mir halt leid, dass ihr nicht teilhaben könnt, weißt du? Wie, also, dass ich das halt nicht kommentieren kann oder irgendwas. Weil halt mein Computer, das ist keine Ausrede oder so, aber das ist so, da ist halt einfach zu schlecht dafür. Also, ja, ich bin so irgendwie scheiße, ich hab manchmal so geile Games. Ich bin jetzt nicht der Pro oder sowas, ne? Aber, ja, ich hab manchmal so geile Games, weißt du? Und dann kannst du das halt zeigen, das macht mich schon ein bisschen traurig, muss ich mal so sagen. Ne? Ist halt, ist schon blöd. Warte mal, Nasejagd, äh, Jagd. Nasejagd. Na, sie juckt, mein ich. Ähm, ja, also sorry dafür auf jeden Fall. Tut mir sehr leid. Seid mir bitte nicht so böse. Ja, also, ähm, nochmal die Frage, ich weiß nicht, ob, naja, so, ja, ich hab jetzt erstmal ganz viele Folgen auf Platte. Ich weiß es selber, dass ich jetzt ein ganzes Stück hinkomme. Das wird erst später, aber nochmal die Frage bitte, ähm, was haltet ihr davon, wenn ich in Creative Mode mal das Grasland begrüne? Das kann ich ja sogar auch aufnehmen, das wären dann zwar zwei, drei, vier, fünf Folgen etwas langweiliger, aber, äh, langweiligerer, aber Große und Ganzen, ich glaub, das lohnt sich. Ähm, ja, weil, ist schon blöd mit dem Grasland, weißt du, das sieht halt irgendwie, ja, toll. Sieht halt nicht so schön aus, weißt du, das ist so, krassig. Was mach ich denn hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ähm, Spitzhacker wollte ich bauen. Äh, ja, also die Effizienz, Haltbarkeit, Behutsamkeit, die behalten wir erstmal. Effizienz, Haltbarkeit würde ich gerne reparieren, aber, ich glaub, da finden uns die Level. Ich kann's ja mal probieren, aber ich glaub nicht, dass es funktioniert. Ähm, wo waren die Diamanten? Hier, ich nehm mal ein Diamant mit. Ähm, Eisen haben wir noch dabei. Deshalb bin ich heute zu frei. Ja, krank. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so, ähm, Lied von, so ein Lied zusammengebastelt von irgendjemand. Diamant ist sehr geil, auf jeden Fall. Kongsong, irgendwie sowas war das. Gibt's aber zwei Stück. Also, es gibt mehrere, aber zwei, die mir mehr gefallen. Oder zwei, die, äh, viele Klicks haben, sag ich mal so. Ah, das ist wieder so eine Aufnahme. Ähm, Embers. Warte, ich mach mal hier, mal gucken, wie viel Level das kostet. Verdammt, 18. Leck mich am Arsch. 18 Level für so ein... Aber weißt du was? Ich mach einfach die Diamantspitzhacke ohne Enchantment drauf. Also, ne, das dann halt... eine normale Diamantspitzhacke, ne? Ich würd das auch aus Eisen machen, aber das dauert mir irgendwie zu lang dann. Hm, hm, hm. Ich hab immer noch den Frisch im Hals. Das kürzt mich irgendwie an. Niemand da? Ne, hier ist niemand. Ach, ne, das kann ich nicht machen. Ich kann ja jetzt hier... Das geht nicht. Nee, ich wollte jetzt, ähm, da noch zwei, drei Steine absammeln oder die Kohle ein bisschen fälser. Aber, ne, geht nicht. So, ich mach jetzt also einen kleinen Diamantspitzhacke. Da oben waren wir auch lange nicht mehr, aber wir können uns noch nicht sehen lassen. Wir müssen uns erst mal... erst mal... etwas verdienen, weißt du? Erst mal... ein bisschen, ein bisschen... na? Etwas schaffen, weißt du? Aschaffenburg. Auch so ein Name. Äh, ja. Dadadadas, dadadas, dadadas, dadadas. So, das Holz nehmen wir natürlich mit, warte. Hm, Holz. Ähm, Holz. Da war das Holz. Boah, wir haben so wenig Dingens, Holz. Scheiße. Ich glaub, wir müssen nebenbei mal Holz sammeln dann, aber... Hm, dahinten ist schon der erste Zombie. Mhm, aha, aha, aha. So. Ankuria, die Musik ist so toll. Ja, ich wusste mal ganz was, warte. Ich geh mal ganz weit weg. Huch. Warte. Ah. Hat man das gehört? Ich hoffe nicht, ne? Egal, ähm... Geht das eigentlich? Warte mal. Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn wir jetzt die Diamantspezialge mit der anderen Spezialge dort reinlegen und dann versuchen zu reparieren. Da haben wir zwar... Ach so, warte. Wenn die Lotto einschalten. Hab ich die doch ganz vergessen. Da pustet sich hier zu Tode. So, was kommt denn da raus? So, was kommt denn da raus? Geht das? Ne, normal Diamantspezialge. Okay, das las ich dann halt, ne? Ist ja scheiße. Ach, das ist so eine Aufnahme jetzt. Man. Wie wenn ich krank bin, so, so... Äh, weißt du? So ähnlich. Hm, na egal. Äh, übrigens noch selbe Tag wie letzte Aufnahme. So, äh, was mach ich denn jetzt mal? Wo baue ich das Haus hin? Also hier kommt dann ein Brunnen hin. Das steht schon mal fest. Das machen wir dann auch bald. Das steht auch fest. Ich beleg grad, wo ich das Haus hin baue. Zum Glück haben hier die Monsterfalle nicht zugebaut. Oha, guck mal, das tiefe Loch ansau. Das ist so wahnsinnig tief. Hoffelmau. Ähm, ähm. Ja, ich überleg grad, wo ich das Haus hin baue. Ich glaub ja mal eher... Komm, ich baue das jetzt einfach mal... Ich klatsche das jetzt einfach mal hier hin. Irgendwie. Also, hinklatschen irgendwie ist irgendwie, ähm... So, nicht liebevoll formuliert, ne? Ja, ich weiß nicht, wo ich den baue. Scheiße. Hilf mir. Hm, die Monsterfalle würde ich auch gern bauen. Was haben wir denn eigentlich in den Kisten? Ähm, das brauchen wir... Das brauchen wir nicht. Kies können wir dann später mal gebrauchen. Hier ist noch ein Haufen Glump drin. Hm, ja, okay. Glosscheiben können wir auch mal mitnehmen. Ja, also, das sieht es jetzt nicht so toll. Also, es ist zwar schön Klavier-Dudel-Dudel da, aber das ist ein eigenes, fast originaler Minecraft-Musik, ne? Ja, ich glaube, ich baue das jetzt einfach mal hier hin. Oh, ne, hier kommt ja der Monsterfall hin. Nein! Nein! Ja, wenn der Monsterfall da hin kommt, kann ich ja schlecht da was hinbauen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Platz hier. Warte mal, wir tönen mal das Schaf, dann sparen wir uns vielleicht das... ...nochmal raufgehen wegen Wolde vergessen und so. Nur ein Wolde, scheiße. Gibt es hier noch ein Schaf? Oh, hier ist... ...Rip Luna. Luna the Cat! Ähm, warte mal, wie ging denn das? Ach, verdammt, jetzt hab ich's gegessen. Ähm... Irgendwie war bla 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 the dog, oder irgendwas, weißt du? Warte mal, wie war denn das? Verdammt, ich hab's gegessen. Ich bin so doof. Wie war denn das? Okay, wir kommen von hinten. Oh! Sie hat sich bewegt. Oh! Sie hat sich bewegt! Es lebt sie. Man weiß es nicht. Aber ist eigentlich cool, ne? Da ist die jetzt nicht ganz tot. Also sie ist tot, muss man uns so vorstellen, aber sie ist nicht ganz tot. Hm. Ja, ich baue das jetzt hier hin, das Haus. Ach, das baue ich jetzt hier hin. Ähm, ich weiß auch noch nicht, wie ich's baue, aber ich baue das jetzt hier hin. Ich glaube, wir brauchen erstmal... Wo habe ich die Bewutsamkeitsspitzhacke mitgenommen? Wir brauchen erstmal Koppels. Ich hab die jetzt weggelegt, ich bin so doof, ich weiß, aber... Hm, was soll's. Egal, dann bauen wir halt die Monsterpfeile ein bisschen schneller weiter, sagen wir mal so, ne? Oh. So war's nicht geplant. Hab ich die Geräusche hier? Hab ich eigentlich... Ja, hab ich. Ähm, warte mal. Ähm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ach, Mann, no. Voll scheiß auch noch mal. Ist so leise irgendwie, ich höre es kaum. Ich mach mal lauter. Lauter! Warum ist denn das... Das ist ganz... Warte mal. Ist die Musik so laut? Ne, eigentlich nicht. Guck. Das ist laut! Das ist leise. So war's die ganze Zeit? Hä? Die Geräusche sind weg. Also, ich höre keine Geräusche mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich höre sie nicht mehr. So ein Mist. Egal. Wir machen einfach mal weiter. Schade. Hm. Ich überlege gerade, warum das so ist oder warum es... Wie das sein kann, dass die Geräusche weg sind. Das hatte ich ja noch nie. Ich habe ja gar nichts gemacht. Das ist ja das Seltsame. Hm. Jetzt bin ich irgendwie sprachlos. Oder ratlos. Seltsam. Ich hoffe, ich bin da nicht so leise oder irgendwas jetzt. Oder dass dann die Aufnahme jetzt irgendwie ganz kacke ist. Oder... Hm. Seltsam. Naja, ist egal. Ich habe schon nie noch vor, schon mal... Ah, ja. Hm, hm. Ich glaube, schon sind wir der nächste Aufnahme. Lass mal kurz warten. Hm. Oder schreit zu viel rum. Kann auch sein. Ich bin eigentlich leider schreihals, aber... Wer weiß? Weißt du es? Weiß ich es? Ich weiß es nicht. Ach ja. Hm, 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 hm. Hm. Habt ihr LeFloid angeguckt? Mit, äh, Fukushima? Hm? Na? Habt ihr es angeguckt? Nö, na? Egal. Nehm ich euch nicht übel, aber wenn, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Wird mich mal interessieren, ob ihr... Ähm, was soll ich sagen? Auf mich hört? Ne, auf mich hört klingt irgendwie scheiße, ne? Ihr wisst schon, ob ihr auf mich, ähm... Ob euch das überhaupt interessiert, was ich erzähle. Manche Sachen. Das würde mich interessieren. Naja, egal. Ja, wir bauen einfach mal die Koppelzweite ab. Ja, die Spitzhacker hält ganz lang. Aber das liegt ja da dran, dass die ja langsamer abbaut als die andere. Das ist ja der ganze Witz an der Sache. Oder das Traurige. Sagen wir mal so. Hm. Vor allem, ich war schon, wenn... Also, ich weiß, ich erzähle schon wieder von dieser Person. Aber, wenn Konk mal seine Erntemaschine einschaltet und er merkt, dass, ähm, der Bambus nicht geerntet werden kann durch Wasser. Ich bin gespannt, wie er drauf reagiert. Dann hat er nämlich alles falsch gebaut, wenn man so sieht. Also, die Felder sind ja dann, ne, mit den zwei Breiten, mit den Wassergräben. Das funktioniert ja alles gar nicht. Müssten wir auch mal bauen, ne? Ich seh, ich hab ganz viel Hunger. Aber ich baue erstmal ganz schnell hier noch ein bisschen Koppel ab. So viel Zeit muss sein. Wir könnten mal... Warte mal, jetzt hab ich schon eine Idee. Machen wir mal Cleanstone. Ach, guck mal, wie schnell das geht. Voll der Unterschied. Wir nehmen mal ein bisschen Cleanstone mit. Ich seh dann gleich, warum. Denn ich bin nicht dumm. Auch wenn ich so oft sag. Alter, geht das schnell. Bam, 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 bam. Das ist ja wie ein MG hier. Zack, 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 zack. Roffel. Loll, das geht ja voll schnell. Das ist ja... Tüt, 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 tüt. Hm. Boah, weißt du, was auch geil ist? Ähm, Dead Space 3 ist auch krass. Also voll Action-mäßig, aber... Boah, das wollte ich auch gerne explainen, aber... Ich will mich gar nicht wiederholen. Mit meinem Computer und so. Das finde ich irgendwie ein bisschen scheiße, aber siehgal. Ja, würde ich auch gerne zocken. Voll das geile Spiel. Ich könnte zwar Dead Space 1 und 2 zocken, aber das machen, glaube ich, jetzt so viele wieder. Reicht schon, dass ich jetzt Minecraft Let's Play mache. Aber Minecraft macht mir halt Spaß, weißt du? Und Let's Play macht mir eigentlich auch Spaß. Also, was jetzt eigentlich, das macht Spaß. Aber... Ja, es ist so mainstream, weißt du? Wenn ihr wisst, was ich meine. Boah, ich glaube, wir können ja Ressourcen scheißen irgendwann mal, wenn wir fertig sind. Vor allem Steine, ne? Alter, haben wir dann viel Steine. Ich wollte eigentlich das Haus bauen, ne? Dann sitze ich wieder an der Monsterfeile und baue die Monsterfeile. Ja, aber wenn die Monsterfeile mal fertig ist, das... Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall mit den Monstern, also mit den EP. Denke ich mal, das... Weißt du, wir brauchen auf jeden Fall viele EPs. Dann können wir ja alles entschärnten. Rüstung, alles. Aber dann wird das auch sehr einfach, musst du auch sehen, ne? Wenn ich jetzt hier Diamantrüstung mit... Keine Ahnung, allen entschärnten Zeug habe, was es so gibt. Ich bin so schlau, aber... So. Wir machen mal ganz kurz das so, ne?